Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Starnas wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Georgi, Krebs und Bockdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl zu widersetzen! Oh, freut euch das einfach genau! Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist dem Zweiter als ein Haufen niederstreitiger Treude unter Feiglingen! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich sage Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmack des deutschen Versches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, Wurden zu lernen, wie mein Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmeld schon ihn umbehindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstreng in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan! Und gerne an alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Misch gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Einfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich bewaltet! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Er singt die Zufang! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío y si te vengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré ¡Oye! ¡Oye! Como pude imaginarme que se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos Han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré ¡Oye! 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 No me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré ¡Oye! 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 ¡Oye!